Musik Hi, ich bin das Kleeblatt und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und morgen geht es los mit der Adventszeit. Richtig schön und richtig schnell ging das dieses Jahr vorbei. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber bei uns mega, mega schnell vorbei. Und ja, auf jeden Fall wollte ich euch darüber informieren, dass jeden Tag ein Christmas Vlog von mir kommen wird. Ich möchte euch gerne so unsere Weihnachtstradition näher bringen und auch die irischen und die deutschen miteinander so vergleichen oder einfach zeigen, wie wir hier Weihnachten feiern. Und letztes Jahr habe ich ja auch die Christmas Vlogs gemacht. Und da habe ich auch eine Playlist erstellt. 2019 könnt ihr das schon mal anschauen oder mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und so mache ich dieses Jahr das auch, dass ich jeden Tag ein Video hochlade und dass wir dann so bis zum zweiten Feiertag wird das gehen. Und ich hoffe, dass ihr dann Spaß habt und mit uns quasi die Adventszeit verbringt. Und ja, ganz viel Weihnachtsstimmung bekommt durch uns und uns so ein bisschen begleitet in unserer Adventszeit. Ja, ich habe so gedacht, ich mache ein paar DIYs. Ich zeige euch so ein bisschen was. Dann ein bisschen Basteln, ein bisschen Kreatives, Dekorationen über unsere Missgeschicke an Weihnachten. Und Freuden, Weihnachten, also die richtig hammermäßig waren. Und ja, ja, da gibt es einiges zu erzählen. Und ich hoffe, dass ihr zahlreich euch meine Christmas Vlogs anschaut und dass ihr dabei seid. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Dann wird es auch eine Verlosung geben. Darüber freue ich mich sehr, dass ich das anbieten kann. Also für euch, genau, ein Christmas Card zu verlosen oder sogar gleich zwei Christmas Cards zu verlosen. Und ich drücke euch schon mal ganz fest die Daumen, dass ihr das schafft. Also zwei Gewinner wird es auf jeden Fall geben. Die werde ich per Zufall auswählen. Ja, auf Instagram wird ja dann auch nochmal Anfang Dezember eine Verlosung stattfinden von mir. Da bin ich auch mit im Adventskalender. Ja, genau, ich werde euch dann Näheres sagen in den Christmas Vlogs, wenn es soweit ist. Dann bin ich noch beim anderen Adventskalender dabei, wo dann ja 24 YouTuber sich zusammengeschlossen haben. Und da haben wir uns auch was richtig Schönes, Weihnachtliches ausgedacht für euch. Und ja, da habt ihr auch viel zu gucken bei den ganzen YouTubern. Genau, ja, ich freue mich einfach nur auf die schönste Jahreszeit im Jahr und die schönste Zeit im Jahr. Und ja, ich möchte euch so viel Liebe geben, so viel, ja, einfach für euch auch da sein. Ich weiß nicht, wie eure aktuelle Situation momentan ist. Ob, ne, euch einfach ein bisschen bespaßen, ein bisschen inspirieren, ein bisschen motivieren. Ähm, ja, das ist eigentlich so mein Plan, meine Aufgabe. Und euch daran teilhaben zu lassen an unser Weihnachten 2020. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst ein Däumchen hoch, wie immer. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ähm, was ihr so Schönes geplant habt in der Adventszeit. Wie empfindet ihr so die Adventszeit? Das würde mich schon mal so interessieren. Und ich denke, da kommen wir doch schon, äh, gut ins Gespräch. Ja, also, meine Lieben, bis dann. Bis morgen eigentlich schon. Bis morgen, ja. Tschaui. Tschaui.